Und einen guten Speck, den gibt's eigentlich in Kiron in jedem Gast, da ist natürlich auch da beim Stiftskeller, wo wir die heutige Sendung Mein Liebste weiß machen. Und jetzt lernen Sie neue Gesichter kennen. Das sind die, wo ich in der Einleitung schon gesagt habe, wir haben noch eine Überraschung parat. Wir haben es so erfreit, dass die Jugend musiziert. Und noch dazu so gut, was danach kommt, das ist unglaublich. Sie werden Augen und Ohren machen, wenn jetzt die loslegen. Die Laura Maria, 13 Jahre jung. Die Magdalena, überhaupt erst 9 Jahre jung, spielen mit Geigen. Sie werden begleitet von den Eltern, von der Elisabeth mit Gitarre und von Papa Martin mit der Bassgeige. Das ist die Familie Waldorf. Und jetzt freuen wir uns auf welches Stückchen? Auf den Max-Kleiner-Zigeunermarsch. Das ist aber schwerer. Nein. Ja, sagst du. Ja, wenn man es kann. Wenn man es kann, ist nichts schwer. Aber das ist wirklich kein leichtes Stückchen. Tobi Reiser hat es ins Leben gerufen und wir freuen uns. Und macht es gut. Möge das Werk gelingen. Ja. Ja. Musik 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 Also Ich bin ganz ganz überwältigt, was sie schon können mit ihren jungen Jahren. Nicht umsonst haben sie vorgestern beim Wettbewerb Prima La Musica das beste Prädikat, nämlich ausgezeichnet erspielt. Gratuliere! Ich darf sagen, ich glaub, da sind wir uns alle einer Meinung, oder? Dass man diese Gruppe ab jetzt einfach auch bestellen kann. Weil die haben mehr Stickel im Programm, können auch singen. Also die gehören jetzt einfach dazu, zum Reigen. Bitte sehr, wer hat einen Wunsch da, Herrinnen? Ja!